hallo und herzlich willkommen bei let's play bloodborne wir haben mal wieder die 40.000er marke erreicht das heißt ich werd gleich sterben ok da sind wir da so komische so komische wasserviecher weg 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 nein die 40.000er marke die 40.000er marke ich glaube das ist einfach eine psychologische zahl in der zwischenzeit bei mir krass na das wird eine weile dauern bis ich da wieder bin meine güte wenn ich das gerät bedienen muss dann bin ich gestorben so kann ich denke ich schon mal ein bisschen schneller hier um die ecke wird es wieder interessanter aber die sind ja gott sei dank hier auch nicht so schlimm in der zwischenzeit mit einem schlag ich habe einfach also ich mache jetzt deswegen hier noch ein stück weit leer weil ich einfach ein bisschen angst davor habe dass ich aus dem hinterhalt überfallen wird und das ist natürlich extrem unangenehm dann ich meine ich meine ich meine so viele punkte bringt es nicht aber zumindest bringt es ein bisschen was nichts mehr scheiße scheiße okay so da ist nix da ist nix da ist nix genau und da ist nix das sehr Okay. 40.000. Und ich verliere sie jedes Mal komplett. Es kann echt nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein. Jetzt ist ja der Level so einfach nicht, aber trotzdem. Was für ein Mist. Also was. Wir sind gestorben. Wir holen den Aufzug. Ich könnte vielleicht mal gucken, ob ich Anti-Gift-Klamotten habe. Feuer, Blitz, Gift. Der hat 20. Nö, ich habe nichts Besseres. Gift, Gift, Gift. Wie es aussieht, habe ich schon die beste Anti-Gift-Robe an. Die es so gibt, die langen Chirurgen-Handschuhe sind noch besser. Den nehme ich. Klamotte. Gibt es nichts Besseres. Okay. Ja, du Depp. Falsche Taste. Man. Das war's. So. Okay. Okay. Ja, die lassen dann schon, diese Edelsteine lassen sie ja schon ganz gut fallen. Das ist nicht so schlecht. Das ist nicht so schlecht. Das ist nicht so schlecht. Leider nur mit 5000 statt mit 40, wie es eigentlich angebracht wäre. Okay. Hmm. 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 Ups! Ups! Durch die Wand! Eieieiei! Das sind die Gegner echt. So und da kommt noch so ein blöder Züngler. Gut, da hinten ist denke ich da, also ich meine da habe ich ja alles durchsucht soweit. Der ist links von mir? Hä? Was ist das eigentlich für ein Schein da? Tja, eigentlich muss ich überhaupt nicht mehr zu dem Schwein zurück. Ah, also dieses Gezische, das... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das Gezische macht mich echt verrückt. Wo war das Schwein? Das ist unglaublich, hier war ich auch noch nicht. Der Wald ist wirklich wahnsinnig verzwickt. Ich weiß jetzt im Moment überhaupt nicht mehr, wo ich bin. Oder bin ich am Anfang wieder? Ich glaube, ich bin am Anfang. Ja genau, da oben steht dieser Troll rum. Fuh, 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 fuh. Also im Übrigen diese Typen, die da vorhin im Wasser waren, die sind die Leute, die da sind ja eigentlich gar nicht so schwierig, aber die Masse macht sie langsam. Aber wenn sie dann mal zuschlagen, dann machen sie schon durchaus gewaltig Schaden. Wo ziehst du es hier? Von überall her irgendwie. Links. Oh, fuck. Ach, jetzt, okay, da bin ich wieder. Hm. Hm. Mann, du, echt. Vielleicht sollte ich einfach hier diesen komischen Wald mal aufgeben und mal in einen Bereich gehen, wo ich ein bisschen besser aufgehoben bin. Also kommen mir fast so vor, als ob einfach die Gegner für mich im Augenblick, obwohl ich dann doch recht stark bin, als ob die Gegner mir einfach noch zu stark sind. Also ich weiß auch nicht. Aber meine 17.000 will ich natürlich wieder zurück haben und deswegen gehe ich hier nochmal rein. und versuche es im Schnelldurchlauf, aber eben wiederum nicht zu schnell. Na? Na? Na. Na? Ja, na. Na? Neee. Was ist das? Das kann doch nicht wahr sein. Ich schätze auch die Entfernung, glaube ich, oft nicht so gut ein bei den Typen. Ich bin dann im Endeffekt zu dicht dran. Also ich kann sie schon von ein bisschen weiter auch platt machen. Was ist das? Das ist auch ganz lustig. Manchmal nimmt er automatisch den nächsten Gegner in Autofokus oder zielt auf den und manchmal eben halt nicht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich habe lauter Geschlängel übersehen. Was ist das? 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 Na gut, dass sie zumindest ein Geräusch machen. Sonst hätte ich den jetzt nicht bemerkt. Okay, da geht es wieder raus, denke ich. Und hier geht es, oder? Geht es da hoch zu dem anderen? Ja. Ich weiß es nicht genau. Hier geht es hoch zu dem anderen, oder? Geht es liters. Hmm. Okay. Jetzt geht es, glaube ich, rechts weiter. Wo die Schweine waren, weiß ich immer noch nicht. Hm. Das sind auch noch schöne Sachen. Oh, ich muss Schluss machen. Ich überziehe total. Wir sehen uns demnächst wieder. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.